hallo und servus zu einer neuen folge von transport fieber 2 ich freue mich dass du wieder dabei bist ja leider gab es bei dieser folge ein problem nämlich die tonspur des mikrofons wurde nicht aufgezeichnet das was du jetzt hörst ist eine nachvertonung mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen außer dass es mir wirklich leid tut und die nächste folge ist natürlich wieder ohne tonprobleme da es sich um eine aufnahme session handelt in der drei folgen am stück aufgenommen wurden und das ist folge nummer zwei das heißt du genießt jetzt die folge ohne meine kommentare man hört das bauen man hört die musik allerdings leider nicht mich beim kommentieren aber vielleicht ist das ja auch mal etwas anderes und gar nicht so schlecht in diesem sinne wir hören sich am ende der folge noch einmal ganz kurz und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020